Hallo und herzlich willkommen auf EWU2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Woche von meinem FIFA 18 Pack Opening der Squad Battle Rewards. Es ist mal wieder Elite 1 geworden, zumindest hoffe ich das. Ich habe bis 81.000 Punkte gespielt, dann habe ich immer so auf Foodhead ein bisschen geguckt, wie so die Punkteentwicklung ist. Ich glaube es waren 76.000 oder 78.000 Punkte, was nur noch mittlerweile für Elite 1 gebraucht wird. Also man sieht richtig, die meisten Leute spielen das gar nicht mehr, weil wahrscheinlich die Packs total am Mist sind. Das, was man bei mir auch schon seit Wochen, Monaten sieht. Und ja, ich möchte mal auf etwas drauf eingehen, was letzte Woche mir jemand in die Kommentare geschrieben hat. Und zwar habe ich ja während der Super Bowl Halbzeit Show mein Pack Opening gemacht, hatte dabei eine Seattle Seahawks Kappe an. Da hat mir jemand in die Kommentare reingeschrieben, ja, scheiß Seahawks Erfolgsfan. Dazu nochmal Grüße gehen an dich raus. Ich habe sie auch in den Kommentaren beantwortet. Ich bin seit 1995 Football interessiert, seit 1995 Fan der Seattle Seahawks. Kann dir auch erklären, warum das so ist. Ich habe mir damals auf dem Super Nintendo für 20 Mark das Spiel Madden 95 gekauft, weil ich schon immer Football Fan oder generell immer Sport begeistert war. Und da wollte ich halt ein Football Spiel haben. Da hat mir meine Mutter dann damals mit 8 Jahren ein Football Spiel für 20 Mark gekauft. So, dann habe ich, weil ich keine Ahnung von dem Sport hatte, wusste aber, mein Cousin interessiert sich generell für die amerikanischen Sportarten. Da habe ich den dann angerufen, habe gefragt, ja, wen würdest du denn, welche Mannschaft würdest du denn in NFL nehmen? So, er hat aber NHL verstanden, meinte die Sharks. Ich konnte mit 8 Jahren noch kein Englisch, habe dann Sharks, habe halt geguckt, was sieht so aus wie Sharks? Und da war halt der Name Seahawks. Also ich habe halt nur AKS am Ende gelesen, deswegen dachte ich, das sind die Sharks. Also habe ich da die Seahawks genommen. Dumme Geschichte irgendwie. Aber dann ist es die Jahre immer so geblieben, dass ich die Seahawks genommen habe. Ich habe also quasi vor 23 Jahren das erste Mal in einem Konsolenspiel die Seahawks genommen und bin seitdem Fan von denen geblieben. Und ja, habe auch schon in die Kommentare reingeschrieben, die Seahawks waren nämlich 1995 bis 2003 nicht mal in den Playoffs gewesen. Selbst danach war der Erfolg ziemlich bescheiden. Und dann, weil sie einmal den Super Bowl geholt haben und einmal im Super Bowl Finale gestanden haben, werde ich als scheiß Erfolgsfan bezeichnen. Also nochmal Grüße gehen raus. Das ist meine Story dazu, warum ich Seattle Seahawks Fan bin. Kannst mir gerne nochmal dann auch in die Kommentare reinschreiben, wie lange du schon Football Fan bist. So, das war nochmal mein Wort zum Montag. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Packs an, was wir heute so bekommen haben. Und ich sehe gerade, wir kriegen kein seltenes Gold Set mehr. Die 20 Wochen sind anscheinend rum. Sind die 20 Wochen rum? Oder wie viele Wochen waren das? Das muss ich nochmal gucken. Weil eventuell müssen wir uns bei EA beschweren, wo denn unser seltenes Gold Set ist. Ich muss genau rausfinden, wie lange man die bekommt, weil das kann nicht sein. Da hätten wir nur zwei Packs heute. Den Fall hatten wir doch schon mal. Das muss ich echt in der Beschreibung angucken. Das mache ich mal nicht jetzt. Das mache ich dann rückgängig. Ich lasse es euch aber dann wissen. So, wir haben hier Tarte Gore. Wahrscheinlich wieder irgendeinen FIFA-Spieler, den ich nicht kenne. Irgendein der totale Überpro. Ich wurde ja damals sogar, weil ich Castro auch nicht kannte, wurde ich auch total blöd angemacht. Wo ich mir da denke, ich glaube, es gibt andere Bildungslücken im Leben. Nur wenn ich einen E-Sportler oder einen Twitch-Streamer oder sonst was nicht kenne. Hier auf jeden Fall das Team von ihm hätte ich auch gerne. Außer hier Bonucci, der ist scheiße. Aber ansonsten sehr, sehr knackig. Haben wir für Gegner hier. 9,76, 8,89, 87. Läuft. Ich glaube, The Beasts, den hatte ich schon ein paar Mal mittlerweile als Gegner gehabt. Also scheinbar wiederholen sich auch gewisse Dinge. Na gut, dann machen wir jetzt hier die Packs auf. Die zwei Glore-Reichen, die wir heute haben. Zwei Stück. Mega Set auf. Yeah. Yeah. Ach, da denkst du ZIV, Deutsch, Bayern München. Und dann kommt Benedikt Höwedes von Juventus Turin. Weigl. Löppt. Naja, wenigstens eine Leinwand gehabt. Also wir steigern uns. Leinwandlos durch die Nacht. Das habe ich nämlich schon erwartet irgendwie. Alter, wir haben eine... Das finde ich mal interessant. Das muss man gucken, wie teuer die ist. Die sind nämlich schweineteuer. Die Basic-Karten. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Okay, es bietet keiner drauf. Okay, vergesst es. Letztes Jahr waren die Schweine teuer, die Basic-Karten. Die behalte ich aber mal. Vielleicht wird die noch teurer. Ähm. Haben wir noch hier so London Stadium, ASC Florenz. Wer braucht sowas, Mann? Das könnt ihr vielleicht schon mal behalten. Aber sonst, wer braucht sowas? Ich will die 472 mit. So, letztes Pack. Letztes Pack, wenn wir eh nur zwei haben. Yeah, noch eine Leinwand. Zwei Leinwände. Zwei. Zwei. Jawoll. Oh, Handanovic. Wir haben ein Walkout. Wir haben ein Walkout. Nach langer Zeit mal wieder ein Walkout. Das liegt bestimmt an den tollen Trikots hier von den Wochenaufgaben von den Brasilianischen. Was mich das Nerven gekostet hat. Brauchen wir hier immer so ein Thumbnail für. Okay, genug Spaß gemacht. Ein Walkout. Handanovic. Was kostet der gute Mann denn noch? Ja. Ja. Endlich mal wieder über 30k. Sauber. Oh, ich bin so glücklich. Ey. Ohne Scheiß. Ich bin glücklich. Wir haben endlich mal wieder einen Walkout. Ja. 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 So, auf die Transferliste. Der Rest in den Verein. Das natürlich auch in den Verein. Vielleicht versteckt sich ja noch ein Duplikat. Dann freuen wir uns noch mehr. Ne, das brauch ich nicht. Das nehmen wir mal mit. Nö. Oh, das Trikot ist teuer. Das Trikot ist definitiv teuer. Das weiß ich. Das habe ich letztes Jahr gekauft in FIFA 17. Das war teuer. Okay, es ist doch nicht mehr teuer. Warum ist alles so billig dieses Jahr, Mann? Wir behalten es trotzdem mal. Das sieht cool aus. Ja, Leute. Walkout ist zurück. Wenn es euch gefallen hat, dieses Video. Und eure Meinung. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zum Football rein. Wenn ihr Bock drauf habt. Was ihr so gezogen habt, natürlich wieder. Wenn ihr Ronaldo gezogen habt, will ich wieder. Ein Beweisbild. Habe ich bis jetzt mal noch nie eins bekommen. Es hat auch noch nie einer geschrieben, dass er Ronaldo gezogen hat. Also je nachdem. Ich wünsche auf jeden Fall selbst ganz viel Glück bei euren Rewards. Schreibt auch mal rein, was ihr erreicht habt. Bis wie weit ihr spielt bei den Squad Battles. Wäre auch mal interessant für mich zu wissen. Ich muss eben mal gucken. Vielleicht sollte ich jetzt mal alle Spiele durchziehen. Nicht immer nur bis 81.000. Weil es kann ja sein, dass jetzt auch die Top 100 leichter zu erreichen ist. Auf jeden Fall das Ganze hier, was ihr heute gesehen habt. Die Squad Battle Rewards wird es jede Woche geben. In der Nacht von Sonntag auf Montag. Also wenn ihr morgens euer Frühstücksei aufschlagt, sollten eigentlich schon meine Squad Battle Rewards da sein. Und ja, was gibt es noch sozusagen? Gerne auch mal auf meinem Discord Channel vorbeischauen. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Da können wir uns auch ein bisschen über FIFA austauschen. Ich wurde jetzt zum Beispiel schon gefragt, ob ich mal ein Team bauen könnte. Also wenn ihr da auch Bock drauf habt. Ihr seid FIFA Einsteiger. Könnt ihr mich auch gerne mal. Kann ich euch auch mal ein Team dann bauen. Wenn ihr Lust habt, müssen wir nur sagen, welche Formation und so. Können wir dann alles absprechen. Und ja, also würde mich also sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ja, Teil meiner Evo Army werdet. Wünsche euch bis dahin dann also ganz viel Spaß noch. Ganz viel Erfolg. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich labere gerade voll den Mist irgendwie. Ich bin auch total durcheinander, weil ich habe eben so viele WWE-Folgen aufgenommen. Und ja, auf jeden Fall Dankeschön fürs Reinschauen. Und wir sehen und hören es dann hoffentlich die Tage wieder. Lasst es euch gut. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.